Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute sprechen wir über Walk-in und Walk-outs, Seelentausch im Körper. Ich habe in letzter Zeit außergewöhnlich viele Zuschriften bekommen von Walk-in-Erfahrungen beziehungsweise Menschen, die erkannt haben oder meinen, dass es bei ihnen so war. Und es hat natürlich auch viele damit verbundene Fragen aufgeworfen. Allein schon heute waren es wieder drei Zuschriften, sodass ich beschlossen habe, einen Podcast dazu zu machen, um Euch dieses Thema etwas näher zu bringen und Eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Wenn Ihr mein Buch Involution gelesen habt, dann wisst Ihr ja, dass ich selbst die Erfahrung aus einer anderen Inkarnation kenne. Und deshalb hat mich das Thema auch schon immer interessiert und ich war auch in dieser Inkarnation immer schon sehr am Forschen zu diesem Thema. Da gibt es ja nicht das eine Werk, woraus man alle Antworten beziehen kann, sondern das ist letztlich die Quelle. Und ich lese auch viel. Ich schaue mir auch Videos an zu Themen, die mich interessieren oder so, aber ich merke eben, dass da vieles ja nicht ganz so ist, wie es bei mir dann in meinem Wahrheitskompass wirklich als Ja ankommt. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass viel falsch ist, aber vieles ist auch nicht vollständig, ist nicht komplett. Und wenn man dann so was Halbes hört, dann hört sich das auch oft, kann das falsch verstanden werden, sagen wir es so. So geht es mit vielen Themen, nicht nur mit Walk-ins. Deswegen, ich spreche immer erst dann zu Themen oder schreibe die auf, wenn ich wirklich mit meiner eigenen Erfahrung, nicht nur mit Wissen, sondern wirklich in die Erfahrung eintauchen konnte und wahrnehmen konnte, wie es sich zusammensetzt. Also ich freue mich da jetzt einfach mit Euch drauf einzulassen. Gehen wir erst mal auf die Frage ein, was genau ist ein Walk-in? Und ja, auch wenn jetzt gerade viele Menschen erwachen und merken oder vermuten, ein Walk-in zu sein, dann ist es bei vielen gar nicht so. Sie haben sich einfach entwickelt, sind ein paar Ego-Schichten losgeworden, einiges, was sie nicht sind, haben sie praktisch transformiert und sie sind jetzt einfach viel mehr in ihrer Essenz, in ihrem wahren Selbst verankert. Und das fühlt sich dann nach ganz großer Veränderung an und das ist es ja auch in dem Leben. Aber es ist nicht zwingend eine Walk-in-Erfahrung. Da sind einfach viele Teile des eigenen Wahren selbst jetzt viel tiefer und klarer zugängig und Menschen, die sich vielleicht vorher auch nicht so sehr damit beschäftigt haben, mit, was ist der Unterschied zwischen Ego und wahrem Selbst, die sind jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt und haben das Gefühl, ich bin jemand ganz anderes. Das muss aber nicht sein, dass da ein Seelentausch stattgefunden hat. Prozentual gesehen sind wirklich sehr wenige ein Walk-in. Die meisten Seelen kommen ganz normal über die Mutter zur Welt, sind also von Anfang an da im Mutterleib, sie erleben die Geburt, sie wachsen auf mit Kindheit, mit Jugend, mit allem drum und dran und erleben so ein irdisches Kontinuum. Auch dazu habe ich mal einen Podcast gemacht. Ein Walk-in ist eine Seele, die irgendwann später in den Körper kommt, wenn eine andere Seele ihn verlässt. Das ist also wirklich ein Seelentausch. Die eine Seele geht und der Körper steht sozusagen zur Verfügung. Das hört sich jetzt sehr praktisch an und ja, ist es eigentlich auch, wenn man es so betrachtet. Also das Walk-in kann sozusagen den Körper übernehmen, wenn es seine Seele entscheidet, dass sie die ersten Jahre überspringen kann, dass sie das alles schon durchlebt hat. Oder für diese Aufgabe, die sie jetzt für diese Inkarnation sich gestellt hat, das nicht braucht. Also die Gründe dafür liegen immer im Seelenplan, warum zum Beispiel diese Phase jetzt übersprungen werden kann. Es kann sein, dass die Seele sehr hochschwingend ist und jetzt auf der Erde gebraucht wird. Und deswegen soll sie nicht als Baby kommen und erst mal Jahre brauchen, bis sie da richtig helfen kann, sondern sie soll gleich voll einsatzfähig sein, sozusagen. Es kann auch eine Verabredung der beiden Seelen sein, die schon vor Inkarnation stattgefunden hat, dass zum Beispiel die eine Seele nur ein bestimmtes Alter erreichen möchte und dann die andere Seele kommen kann. Warum will eine Seele nur ein bestimmtes Alter in einem menschlichen Körper erreichen? Auch da kann es wieder verschiedene Gründe geben, die dann Sinn machen. Zum Beispiel, wenn man nur eine oder wenige Erfahrungen zu vollenden hat, die einfach in dem Zeitraum gut reinpassen. Oder wenn man die Erfahrung dieses Alters noch integrieren will, weil es bisher nicht geklappt hat, weil in anderen Inkarnationen vielleicht schwere, traumatische Erfahrungen stattgefunden haben, in der Kindheit oder Jugend. Und jetzt will man mal noch die Erfahrung machen, wie ist es denn, wenn ich einfach da im Kontinuum durchkomme praktisch. Also die Seele, die den Körper verlässt, nennt man Walkout. Die läuft raus sozusagen, während die andere reinkommt. Auf Seelenebene ist dieser Tausch etwas wirklich Schönes, etwas Erfreuliches. Es ist sowieso überhaupt nicht tragisch, ja, dieser ganze Wechsel, auch das ganze Kontinuum, der ganze Zyklus von Leben und Tod aus Seelenebene. Ist das überhaupt nicht tragisch? Ist das einfach nur, als würden wir ein Kleid wechseln? Nur, dass es da eben der Körper ist. Aber wir nehmen das aus dieser menschlich begrenzten 3-4D-Sicht oft ganz anders wahr. Die Verabredung der beiden, die den Seelentausch im Körper machen, kann aber auch spontan sein. Zum Beispiel, wenn die eine Seele jetzt merkt, dass sie ihren Plan vollendet hat, dann kann sie ein Zeichen geben, dass hier ein Körper frei wird. Das bedeutet auch, sie geht nicht durch den Tod in dem Sinn. Also sie muss nicht warten, bis der Körper stirbt oder inszenieren, dass der Körper stirbt, damit sie ihn verlassen kann, sondern sie kann einfach hochfunken, Hallo, ich bin fertig hier, ich habe hier alles vollendet oder erfahren, was ich erfahren wollte. Oder auch vielleicht, ich habe mich dermaßen verstrickt, hier in dieser Persönlichkeit, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Jedenfalls, diese Seele will exkarnieren, will den Körper freigeben und eine Seele, die kommen möchte, die kann jetzt übernehmen. Also meiner Erfahrung nach funktioniert das nur, wenn beide Seelen eine sehr ähnliche Frequenz haben und die wiederum in der Regel sehr hoch ist. Beide also schon sehr weit gekommen sind in ihrer Entwicklung. Dann sollten wir sprechen über verschiedenes Bewusstsein, und zwar Körperbewusstsein und Seelenbewusstsein. In der Regel werden für den Tausch zeitweise bewusstlose Zustände genutzt oder auch ein Koma, ein Unfall, eine plötzliche schwere Krankheit, was auch immer. Solche Situationen werden genommen für Walk-in und Walk-out. Der Körper wird also praktisch ausgeknipst, auch das Körperbewusstsein, aber er wird nicht ernsthaft geschädigt, weil er wird ja nachher noch gebraucht. Und das Walk-out kann sich dann in diesem Zeitraum Zeit lassen, sich mit allen Informationen vollständig zu lösen, bevor das Walk-in mit seinen eigenen Informationen in den Körper hineinkommt. Denn, und das ist wichtig, wir Menschen haben immer zwei Grundenergien, die unser Leben bestimmen. Die erste ist das Körperbewusstsein, das wir praktisch wirklich hier in unserem physischen Körper mitbekommen haben, und das wurde durch unsere Vorfahren begründet. Und das sind praktisch im Zellbewusstsein und im ganzen Gewebe überall sind die Speicherungen der Ahnenlinie enthalten. Und das zweite ist das Seelenbewusstsein, das in den Körper inkarniert und das ihn praktisch belebt und Erfahrungen eben dann aus anderen Inkarnationen und Dimensionen mitbringt. Das bedeutet natürlich für uns auch, also für uns Seelen, nicht Menschen, für uns Seelen bedeutet das auch, dass wir, trotz dass wir immer dieselbe Seele sind, doch in unterschiedlichen Inkarnationen immer auch anders denken, aussehen, handeln können, weil das Körperbewusstsein uns eben auch beeinflusst. Also beide Bewusstseine beeinflussen sich in beide Richtungen. Das heißt, das Walkout nimmt in seinem Seelenfeld auch Informationen mit, die aus dem Körperbewusstsein heraus erfahren und gelernt wurden. Somit verändert sich also auch das Seelenfeld. Und das Körperbewusstsein wird durch jede Seele individuell wieder informiert und beeinflusst, die es praktisch bewohnt. So sind also alle Teile nicht mehr für sich, sondern sie vermischen sich. Wenn jetzt das Walk-in mit seinen Informationen reinkommt, wird es zum einen durch das Körperbewusstsein beeinflusst. Es vermischt sich damit. Und es beeinflusst aber auch seinerseits diesen Körper ganz enorm. Denn das, was den Körper belebt, ist die Seelenkraft. Also das ist stärker, das ist mehr. An dieser Stelle ist es gut, wenn ich euch auch nur sage, dass es eben wichtig ist, dass dieser Wechsel sauber stattfinden muss, weil ansonsten auch noch die Seelenkräfte sich vermischen und beeinflussen könnten. Und das würde wirklich zu Herausforderungen im weiteren Leben beider führen, weil natürlich sich da auch Qualitäten mitgebrachtes vermischen würde. Und dadurch, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich jetzt spüre, da ist noch die Kraft von einer anderen Seele in mir drin und ich nehme das nicht ganz, ganz, ganz bewusst wahr, dann überschätze ich mich vielleicht manchmal, weil ich glaube, etwas zu können, was aber aus dem Seelenfeld des anderen kommt und mir doch dann im Ernstfall nicht wirklich zur Verfügung steht. Ich kann es wahrnehmen, aber ich kann es nicht richtig nutzen. So etwas könnte zum Beispiel dann sein oder dass ich mit meinem eigenen Seelenplan durcheinander komme, dass ich da irgendwie das eine und das andere verwirklichen will und vielleicht widerspricht sich das aber und dann kann es nicht ganz klar ausgeübt werden. Also es gibt und es ist noch seltener Walk-Ins, die praktisch notfallmäßig einspringen und dann darf auch eine nachträgliche Klärung der Energien erfolgen. Das ist wirklich wichtig, wenn es zu so etwas kam, zum Beispiel durch einen Unfall, was auch immer. Ich sehe das so, dass auf Seelenebene immer alles geplant ist und auch arrangiert wird, auch in Zusammenarbeit mit unserem geistigen Team und so weiter. Aber trotzdem kann es immer wieder auch durch Einwirkung anderer Kräfte zu etwas Unvorhergesehenem kommen und dann kann es auch in Anführungszeichen notfallmäßige Walk-Ins und Walk-Outs geben und da kann es gut sein, wenn man das nachher noch energetisch klärt und wirklich in dem Menschen praktisch die alten Seelenkräfte voll und ganz verabschiedet, loslässt, danke für die Erfahrung, geh du jetzt weiter und die neue Seele praktisch voll und ganz in den Körper rein inkarniert. Egal in welchem Alter das ist, das kann immer wieder mal wichtig sein. Ja, woran erkennt man Walk-Ins? Woher weiß ich, dass ich eins bin? Woher weißt du es? Woran kann ich es vielleicht an anderen Menschen erkennen? So, es sind in der Regel, wie gesagt, traumatische Situationen, zum Beispiel eine Unfall, eine Krankheit, was auch immer, die für den Seelentausch genutzt wird. Und dann kann man in der Regel danach eine Veränderung bei diesen Menschen erleben. Es ist zwar noch derselbe Körper, aber es ist eine andere Seele darin und die lebt das Leben dieses Menschen jetzt in ihrem Sinne. So verändern sich in der Regel mehrere Dinge, zum Beispiel verändert sich der Charakter. Es ist vielleicht die gleiche Stimme noch, aber die Art zu sprechen ist jetzt anders, die Stimme wird anders genutzt oder der Mensch hat einen anderen Gang oder macht auf einmal Sport oder mag Sport überhaupt nicht mehr. In der Partnerschaft kann es sein, man merkt, dass er anders küsst oder anders Liebe macht, anders isst, also auch der Geschmack kann sich verändern, zum Beispiel mag dieser Mensch jetzt vielleicht andere Farben, andere Kleider, andere Materialien, richtet die Wohnung neu ein oder zieht um, weil es ihm da gar nicht mehr gefällt, hört andere Musik, was auch immer. Und unbewusst betrachtet rufen dann die Angehörigen oft, was ist denn los mit dir, das hat dir doch noch nie gefallen, so warst du doch noch nie, das hat dir doch noch nie geschmeckt. Und da ist natürlich auch immer eine gewisse Frustration oder ein gewisser Vorwurf mit drin, deswegen ist es so ein Geschenk, wenn da natürlich auch bewusst dieser Wechsel stattfinden kann und auch die Angehörigen bewusst mitgehen können. Auch der Freundeskreis kann sich verändern und natürlich der Beruf beziehungsweise die Berufung genauso. Auch Ziele verändern sich in der Regel, genauso wie der ganze Blick aufs Leben, auf die Liebe, auf alle möglichen Themen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die beiden Seelen, die getauscht waren, sehr ähnlich waren in Frequenz und Struktur und auch Seelenplan, dann sind die Veränderungen auch nicht so dramatisch. Es gibt aber auch diese dramatischen Veränderungen, die dann wirklich auch alle verstören. Ja, und jetzt will ich mit dir noch auf das Alter eingehen. Also, es spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Alter das Walk-In stattfindet, um weiter zu erkennen und zu deuten. Also kommt ein Walk-In schon im Kindesalter, dann fällt es oft gar nicht so sehr auf, dann spricht man einfach von einem Entwicklungsschub und deutet das gar nicht näher, weil in diesem Alter hat man öfter mal ein ganz neues Kind vor sich sitzen, wenn das wieder einen Entwicklungsschub durchgemacht hat. Aber je älter ein Mensch ist und eben vor allem bei klaren Charakteren, also die, die eben auch ganz klare Merkmale hatten, zum Beispiel sehr durchsetzungsfähig waren oder sehr temperamentvoll oder was auch immer, da fällt es dann schon mehr auf. Und je nachdem, in welchem Alter das Walk-In geschehen ist, sind eben damit auch bestimmte Herausforderungen zu meistern. Und ich möchte einfach nur ein paar Beispiele nennen. Es gäbe viel mehr, aber ich will das hier auch nicht sprengen. Walk-Ins zum Beispiel schon im Mutterleib oder im ersten Lebensjahr sind in der Regel vorher nicht geplant, sondern durch eine abrupte Änderung praktisch notfallmäßig inszeniert. Und hier sollte das Trauma transformiert werden, damit das Walk-In sauber und klar ankommen und den Körper wirklich auch ganz erfüllen kann. Im Kindes- und Jugendalter können Walk-Ins für eine ganz neue Familienstruktur sorgen, weil da kommt ja ein neuer Mensch rein und damit kann es sich natürlich sowohl positiv als auch verstörend im Familienfeld auswirken, je nach Schwingung. Es empfiehlt sich den Zeitpunkt zu harmonisieren, auch rückwirkend kann es ja jederzeit geschehen. Also ich erwähne es hier einfach nochmal, weil es so wichtig auch ist, du hast diese Tools mit Teki, sowohl im Mutterleib mit Schwangerschaft Geburt als auch in jedem anderen Alter kannst du mit Teki reingehen, kannst transformieren, kannst den Film neu drehen, so dass alles sauber und perfekt abgelaufen ist. Und auch mit der Beziehungsharmonisierung und der Vergebungsarbeit mit Teki kannst du hier super wirken, gerade wenn das Familienfeld eben gestört wurde, beziehungsweise einzelne Beziehungen jetzt darunter leiden. Ja und wenn sie im Erwachsenenalter erst zum Walk-In kam, dann verstört das Umfeld in der Regel sehr. Also es kann zu karmischen Verstrickungen kommen, wenn hier nicht sauber und achtsam gewirkt wird. Es kann ganz gut sein, dass ja auch hier kann es, ja sorry, ich will gerade zwei Sachen auf einmal sagen, also diese karmischen Verstrickungen, zu denen es kommen kann, sind ja auch ganz einfach zu verstehen, weil wir ja mit Menschen auch verabredet sind, ja mit anderen Seelen verabredet sind und wenn jetzt zum Beispiel eine Seele 30 Jahre einen Körper bewohnt hat, dann ist die ja ganz viele Beziehungen eingegangen, vielleicht ist da auch eine aktuelle Partnerschaft gerade am Laufen und jetzt geht diese Seele und eine ganz neue Seele kommt und die sagt vielleicht mit diesen Seelen bin ich jetzt aber gar nicht verabredet oder zumindest nicht in der Form, wie die Konstellationen jetzt gerade sind, wir müssen das verändern und dann werden vielleicht auf einmal Freunde nicht mehr angerufen, weil die einem gar nicht mehr wichtig sind, dabei sind andere auf einmal viel wichtiger, vielleicht verändert sich auch die Partnerschaft extrem oder da ist einfach auf einmal nichts mehr da, was einen zusammenhält und das kann natürlich für denjenigen, der da kein Walk-in hatte und für den eigentlich alles beim Alten ist, sehr verstörend sein. Wenn er bewusst ist und wahrnehmen kann, okay, das ist jetzt einfach eine andere Seele und man liebt ja eigentlich die Seele und nicht den Körper, dann läuft das, dann kann das geklärt werden, aber wenn der Mensch sehr in diesen Körper, in diese Person verliebt war und auf einmal verändert sich da innen drin was und die Person geht einfach und will nicht mehr, dann kann das natürlich zu sehr groben Verstrickungen führen, jetzt auch, dass der eine den anderen nicht loslässt und so weiter oder dass eine Wut entsteht auf die neue Seele, die jetzt reingekommen ist. Also auch hier kann es wichtig sein, den Zeitpunkt des Walk-Ins zu transformieren als Trauma, als Urgeschehnis und dann aber auch die Beziehungen und auch eventuelle karmische Verstrickungen aus anderen Inkarnationen zu lösen, die ansonsten eben direkt fortgesetzt würden. Warum aus anderen Inkarnationen? Weil die eben auch eine Rolle spielen. Wir sind ja in Resonanz gegangen mit Menschen hier oder mit Seelen hier, weil wir auch noch vielleicht was miteinander zu lösen haben, weil da noch was karmisches ist und das betrifft ja beim Seelentausch auf einmal ganz andere Seelen und von daher hier kann wirklich sehr sehr großflächig gut gearbeitet werden mit Teki. Wenn der Seelentausch nicht ganz sauber verlaufen ist, dann kann beim Walk-In so eine Art Krise entstehen. Das heißt, der Mensch hat auf einmal ein Problem mit sich selbst, er ist verwirrt, vielleicht spürt er eine große Leere in sich oder er weiß einfach nicht mehr, wer er ist, wie er denkt, was er will und es muss sich eben alles dann erst neu sortieren. In dieser Phase ist es auch schon vorgekommen, dass durch Unverständnis dann eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde und Medikamente gegeben wurden, wodurch dieser Prozess hängen bleibt. Also das ist in dem Moment auf Seelenebene fatal, weil es da nicht weitergeht, weil da nur etwas betäubt wird, aber natürlich auch verständlich je nach Intensität, dass es zu solchen Situationen auch kommen kann. Auch hier können wir gut rückwirkend auch einwirken. Ja, und dann geht es noch um die Angehörigen von Walk-Ins, die können natürlich auch sehr enttäuscht sein, wenn sie merken, dass die persönliche Verbindung sich verändert und gegebenenfalls weniger intensiv ist. Natürlich ist das Körperbewusstsein noch da über das Körperbewusstsein ist noch das familiäre Gefühl abrufbar, aber die Seele, die hat eben gar nicht die ganze Geschichte miterlebt, zum Beispiel Kindheit, Jugend und so weiter, sondern sie kommt sozusagen als Fremde da rein und das kann eben schon spürbar sein, dass sich da auch ganz intensive, enge Familienbande auf einmal wie neutralisieren und für die neue Seele ist das natürlich ganz normal, weil sie diese Verbindung einfach nicht so stark spüren kann. Sie hat zwar über das Körperbewusstsein den Zugang, aber es ist einfach nicht so intensiv auch gewachsen und gleichzeitig ist es aber in der Regel so, wie ich ja schon gesagt habe, dass Seelen zum Walk-In freigegeben werden, die in der Regel sehr hoch schwingen und durch diese hohe Schwingung ist in der Regel auch sehr viel Liebe da und Liebe, du weißt es, kann alles kann alles transformieren, kann alles neu erschaffen, Liebe ist unser aller Essenz und wenn wir mit Liebe so etwas durchleben und natürlich je bewusster umso besser, dann kann jeder Wechsel auch sanft ablaufen. Also es ist, wie du siehst, völlig individuell und das sind wirklich nur ein paar wenige Beispiele, wenn ein Walk-In stattgefunden hat, dann ist es immer wichtig, alle Energien zu klären, wirklich das Walk-Out zu verabschieden und das Walk-In voll und ganz zu inkarnieren. Das Walk-In hat in der Regel ja eine Mission, also einen Grund hergekommen zu sein und es ist wichtig, diesen dann auch zu erkennen, um sich zu klären und dieser Bestimmung folgen zu können, weil es natürlich, gerade wenn so ein Walk-In erst später im Leben kommt, schon sehr viel Vorbereitung der alten Seele eigentlich gibt, ja, für ihren Seelenplan und wenn man den dann komplett über den Haufen schmeißen soll, weil man jetzt als neue Seele in diesem Körper einen ganz anderen Weg gehen möchte, dann, wie du an diesen Beispielen jetzt auch vielleicht gesehen hast, gibt es eventuell viel Gegenwind, gibt es noch ganz andere Dinge, Beziehungsthemen und Sonstiges, womit man sich vielleicht noch beschäftigen muss und da braucht es schon viel Klarheit und innere Stärke, um diesen Weg dann trotzdem gehen zu können und der Bestimmung folgen zu können. Was mir auch schon in der Erfahrung gezeigt wurde, ist, dass es auch Dualseelen gibt, die als Walk-In kommen. Also, es ist bei Dualseelen oft so, dass nur eine inkarniert ist, während die andere im feinstofflichen Bereich bleibt, zum Beispiel, bis die inkarnierte Seele eine bestimmte Entwicklung gemacht hat beziehungsweise einen bestimmten Punkt erreicht hat. Manchmal hat man sich da vorhin schon verabredet, also wenn du da angekommen bist, in dieser Schwingung oder an diesem Punkt, dann komme ich dazu. Manchmal ist es aber auch, ja, eine spontane Entwicklung, die vielleicht nicht so genau vorhersehbar war und dann kommt es in der Regel dazu, dass die inkarnierte Seele die andere ruft. Das ist so ein ganz starker innerer Ruf, so ein ganz starkes Hey, ich will, dass du jetzt da bist, ich will jetzt den Weg nicht mehr alleine gehen, ich bin soweit, ich habe es begriffen, was ich hier begreifen sollte und komm jetzt bitte. Und dann hört natürlich die andere Seele, die im Feinstofflichen bisher war, diesen Ruf und dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn die erst mal als Baby inkarniert, weil dann zum Beispiel für eine Partnerschaft auch der Altersunterschied viel zu groß wäre. Also sucht sie sich natürlich irgendwo jemand, der gerade seinen Körper verlassen möchte und inkarniert in diesem Körper. Also auf diese Art und Weise kann eine Seele auch über ein Walk-in recht schnell kommen recht schnell kommen und das kann wirklich interessant sein in einer Partnerschaft, wo es so aussieht, ja, wir haben uns jetzt einfach endlich kennengelernt und aber das ist so eine tiefe Partnerschaft, weißt du, so ein tiefes Erkennen auf Seelenebene. Da kann es schon mal Sinn machen, auch so die Zeit ein paar Monate vorher mal zu reflektieren, ob da bei der Seele, die praktisch gekommen ist, also in diesem Leben dieses Menschen, ob es da große Veränderungen gab oder auch so ein Unfall, eine Bewusstlosigkeit, was auch immer gab, weil das tatsächlich nicht selten ist. Ja, und jetzt kommen wir noch zur heutigen Zeit des Aufstiegs, weil das ist wirklich auch interessant. Ich habe mich jetzt einfach nochmal verbunden mit der Quelle und gefragt, war das alles, was ich weitergeben soll in Sachen Also hier muss man einen Schnitt machen, leider, weil da gerade jemand mit lauten Krach die Mülltonne zieht und ich nicht weiß, wie laut das zu hören ist, So, jetzt geht es weiter. Ja, und ich habe die Zusatzinformation erhalten, dass es in absehbarer Zeit auch so sein wird, dass ein Seelentausch bei Menschen in Schlüsselpositionen geschehen wird, der dann auch für einen allgemeinen Umschwung sorgen wird. Also, und das fand ich sehr interessant, weil das kann zum Beispiel bei Politikern oder anderen bekannten Strippenziehern sein. Wie wir wissen, sind die Politiker ja oft nur die Ausführenden und nicht die, die wirklich die Entscheidungen treffen und doch kann sich eben auch in diesen Bereichen jetzt gerade den Wechsel vollziehen und vielleicht und vielleicht dürfen wir da einfach auch mal wachsam sein und achtsam sein, wenn jemand ausfällt aufgrund von Krankheit oder Unfall oder sonst was und danach irgendwie vielleicht ein bisschen anders daherredet oder ein bisschen anders wirkt, ob da vielleicht so ein Walk-In stattgefunden hat. Und das kann natürlich für die heutige Zeit wirklich großartig sein, für unsere Entwicklung, für unsere Reise hier in 5D rein, ins goldene Zeitalter rein, weil wenn dann auf einmal höher schwingende Seelen inkarnieren, was ja sowieso schon überall passiert, im Normalen auch, aber wenn das auch als Walk-In überall geschieht und vielleicht auch eben in diesen Positionen, wo sehr schnell eine Entscheidung fallen kann, die sehr schnell das Schicksal eines Volkes oder auch der ganzen Welt verändert, dann wird es für feinfühlige Menschen oder für hellsichtige Menschen absolut wahrnehmbar sein und ich bin mir sicher, dass wir uns da noch drüber unterhalten werden. Achtet auf Veränderungen und bleibt wie immer empfehlenswert wertfrei, weil auch im Anbetracht dieser Informationen, du weißt nie, ob der Mensch, den du verurteilen willst, heute noch derselbe ist wie gestern. Ja, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, von dem uns keiner bisher erzählt hat. Das Leben ist ein durchgehendes Wunder und ja, es ist ein Risiko, aber aus Seelenebene absolut überschaubar. Wenn du das Leben spielst, dann kannst du nur gewinnen, auch wenn es dich auffordert, auch mal einen Verlust zu riskieren. Du bist nicht hier, um zu existieren. Du bist hier, um zu leben, um lebendig zu sein. Und deswegen lebe dieses Leben, als wäre es das Einzige, was zählt. Denn genau so ist es. Wir sehen uns im Feld der Freude und der Liebe. Mach's gut! Einzige 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 Einzige